Herr Kollege Schulz, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Also so ganz wenig Neues fand ich jetzt nicht, Herr Kollege Mostoffizadeh. Immerhin wissen wir, dass wir die Milchproduktion erhöhen können, und dann wird das schon laufen hier. Es fehlt in der Tat so ein bisschen der Ansatz. Solide Haushaltskonsolidierung statt Steuererhöhung Nordrhein-Westfalen braucht seriöse Finanzpolitik. Ich meine, wir können das Thema eigentlich jeden Tag diskutieren, tun es ja im Prinzip auch, und tun es auch mindestens einmal im Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen. Ich möchte aber noch einmal auf den eigentlichen Anlass zurückgehen für die aktuelle Stunde, das Interview. Da hat der Herr Finanzminister sich ja auch noch einmal eben mit auseinandergesetzt und hat dann vorgetragen, was der eigentliche Hintergrund ist. Und da möchte ich noch einmal in der Tat auch auf das zurückkommen, was nicht gesagt worden ist, nämlich, dass der Landesfinanzminister NRW durchaus mit einem berechtigten Interesse möglicherweise fordert, dass im Bund Steuern erhöht werden. Weil auch da sind die Ausnahmen natürlich begrenzt. Und man muss natürlich sagen, wir hatten 2013 im Bund mit 570 Milliarden, wie wir gerade erfahren dürfen, ja, eine Rekordsteuereinnahme. Möglicherweise wird die im Jahre 2014 sogar noch einmal darüber liegen. Allein das sollte ja natürlich möglicherweise reichen, ausreichen, ja. Formiert einen Griff in die Bundeskassen von allen Ländern, nicht nur von Nordrhein-Westfalen, aus zu versuchen, also sprich, den Arm nach Berlin zu strecken und zu sagen, gebt mal. Das ist natürlich gerade aus dem Blickwinkel NRWs nicht so ganz uninteressant, zumal ja die SPD jetzt mit in der Bundesregierung sitzt. Zwar besetzt die SPD nicht das Finanzressort, aber der Koalitionspartner wird ja möglicherweise die Hand öffnen, um NRW zu geben. Das wird ja nun auch zum Beispiel verlangt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wie wir jüngst erfahren durften, im Zusammenhang zum Beispiel mit der Schulsozialarbeit. Ganz interessantes Thema hatten wir im Rahmen der Haushaltsberatungen auf den Tisch gebracht, wurde, ja, ich sage mal, niedergestimmt. Und keine drei Monate später kommen die Grünen und sagen, hey, wir haben was entdeckt, Schulsozialarbeit wird nicht finanziert, uns fehlt das Geld. Es fehlen 120 Millionen, die fordern wir jetzt mal vom Bund. Ich erinnere an einen Antrag, den wir hier im Plenum gestellt haben, der abgelehnt worden ist, und zwar von SPD und Grünen, der nichts anderes im Sinn hatte, als zu sagen, wir müssen die Schulsozialarbeit mit 120 Millionen künftig sichern. Und wenn das Land das Geld nicht hat, dann müssen wir das beim Bund fordern. Genau das tun die regierungstragenden Fraktionen jetzt. Labelpolitik. Wunderbare Sache, Herr Finanzminister. Ich glaube, Sie machen es richtig, wenn Sie sagen, dass wir die Einnahmenseite im Bund erhöhen müssen, um nämlich weiterhin von NRW aus dort, wo wir nämlich möglicherweise im Rahmen der Haushaltsführung nicht so klar sind, ja, auch nicht mit den 0,8 Milliarden, die 2020 nach der Prognose unterm Strich übrig bleiben werden, nämlich Defizit. Die 0,8 Milliarden, die kriegen Sie nicht einfach klein gerechnet, auf dem Papier vielleicht, aber so einfach verschwinden wird sie nicht. Dafür hat nämlich der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, hat nämlich dafür einen ganz klaren Pfad aufgezeichnet, nämlich einen linearen Defizitabbaufad. Und Sie, sprich das Land Nordrhein-Westfalen und die Finanzen, liegen jährlich, seit Sie in der Regierung sind, mit 500 Millionen Euro überhalb, oberhalb dieses linearen Abbaupfads, den der Landesrechnungshof, den Sie ja ansonsten sehr schätzen und nach dessen Vorgaben Sie ja sonst vorgehen, siehe Schul- und Studienfonds, auch das war ja eine Empfehlung des Landesrechnungshofs, ja, in die Vorgaben, die die machen. Und dann wollen wir nochmal gucken, wie das denn aussieht. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Vorschläge im Zusammenhang mit der Steuerharmonisierung auf EU-Ebene im Bereich Vermögensteuer, im Bereich Finanztransaktionssteuer, im Bereich Einkommenssteuer, im Bereich Unternehmensbesteuerung. All diese Möglichkeiten können Sie jetzt aufgrund der Koalitionssituation in Berlin dort vielleicht mal versuchen einzubringen. Und vielleicht wäre es ja sogar toll gewesen, wenn der Herr Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans jetzt im Bund der Minister wäre, dann hätten wir wahrscheinlich in NRW aufgrund des besseren Drahts überhaupt kein Problem mehr. Aber man muss einfach sagen, Koalitionshin oder her, der Finanzminister ist Schäuble. Und da wird natürlich die Kanzlerin möglicherweise auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Also so ohne weiteres werden wir in NRW, ähnlich wie andere Bundesländer, nicht an die Bundesfinanzen über das hinaus kassieren können, wie es im Bundesetat vorgesehen ist und wie es eben auch die Bundesländer mit dem Bund dann ausgehandelt haben. Von daher, das wird eine Never-Ending-Story werden, wie wir die Landesfinanzen hier in den Griff bekommen. Im Moment sehe ich da jedenfalls schwarz. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.